Musik 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 Ja, hat das ein bisschen länger gedauert? Da kommen wir nicht! Da kommen die Viecher wieder Hi Also Matula brauche ich Wir brauchen den äh Gefängnisschlüssel War doch der, ja Gefängnisschlüssel Danke ihr Lieben und Hallo Dufte Matula Hinten 12 für 2 Nein, nicht Matula Matuga Matuga ist auf dem Weg zum Thronsaal des großen Bilwisses im Zentrum des Bilwesdorfs Und Tortuga Nein, auch Tortuga ist es nicht Nein, nein, nein Aus In dem Fall bin ich froh, dass wir hier gerade nicht allein durchträgen Gut Gut, dann machen wir wahrscheinlich die Riesen trotzdem erst beim nächsten Mal Aber dann haben wir wenigstens dieses eckerhafter Scheißdorf hier Fällig Spielt mir was mit Sinn und Verstande Clothaic mit zum Beispiel Nein! Kingdom Hearts ist toll Mass Effect kann ich nicht zu sagen Ich hab Mass Effect in Trommender Aber ich hab's doch nicht gespielt Ich glaube zumindest, dass ich's hab Irgendwo müsste ich's eigentlich Aber Kingdom Hearts ist toll Aber Kingdom Hearts ist toll Werden wir irgendwann auch nochmal spielen Kingdom Hearts ist echt süß Niedlich gemacht auf jeden Fall Aber auch eine interessante Story wie ich finde Aber auch sehr komplex Da muss man dann wirklich aufpassen Wie man spielt Das ist nicht ganz so einfach wie In Final Fantasy Ich will hier endlich raus Das muss sein Aber keine Lust mehr auf diese Tunnel Wie Autsch. Okay, nur mal geht mir einfach das Geschreibekampf auf die Nerven. Ja, stimmt. Also am schlimmsten finde ich es zumindest im ersten Teil. Danach geht es ja eigentlich. Lüftige Doppelgänger ist da. Ja. Ein einfach dauerhaft gebrochenes Bein. Ich hoffe dieses Doppelgänger. Und wiedersehen. Und wir sind immer noch in den Tunneln. Ich zicke selbst mal ein wenig. Viel Spaß, Frisches. Zockst du mir die Evil Dynasty weiter? Oder machst du was anderes? Okay, dann viel Spaß. Der ist schon wieder Fahrmarkt. Ich habe ihn aber nicht getötet. Hi. Autsch. Juhu. Gefällt mir Schlüssel. Und wieder zurück. Oder? Ja. Und wieder zurück. Zur Gefängniszelle. Alter. Alter. Nervt dir auch so gar nicht, ne? Baby, 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 Jura. Baby, Jura. Baby, Baby, Jura. Baby, Jura. Oder Periode. Das wäre was anderes, aber ja. Nein, das ist genau das gleiche. Was anderes gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur Periode. Aber, aber. Nein, kein aber. Kein aber. Nur Periode. Davon würde ich eigentlich auch mal so ein Merch machen. Ich muss nur jemanden finden, der mir ja, so ein Periode halt zeichnet. Kannst du das sonst noch mal selbst versuchen, aber ich glaube, das wird nichts. Vielleicht belegt mal so ein Zeichenkurs. Keine Ahnung. Ich bin zeichnerisch echt nicht begabt. Jetzt ist jetzt die Frage, wie zeichnet man einen Periode? Ja, dafür müsste ich mich einfach jemanden zusammensetzen, der jetzt zeichnen kann. Vielleicht brauchen wir eine vierote. Ja, rot wäre auf jeden Fall mit dabei, ne? Die Farbe rot. Ich weiß nicht, dann irgendwie so eine abgewanderte Form davon. Ja, jemand macht sehr gut. Echt? Wie gesagt, ich ich kenne leider nicht so viele Leute, die digital gut zeichnen können. Oder mir das halt digital machen können. Ich kenne immer ein Strichmannchen. Ich auch nicht. Die Frage ist, ein oder eine Periode. Na, wenn, dann ein Periode. Periode gibt's, glaube ich, nicht in Weiblich. Also, man kann, man könnte das eine, man könnte einfach so ein männliches Rot und man könnte ein weibliches Rot nehmen. Und wenn ihr jetzt fragt, was männliches und was weibliches Rot ist, das eine ist dunkel, das andere ist heller. Logisch. Licht, aber passt. Oder bestimmt Periode in Yoda mit Schleife. Albert, warum würdest du mich quälen? Ich könnte es einfach ausmachen für mich, ne? Ich könnte es einfach ausmachen. Dann habt ihr zwar keinen Ingame-Sound mehr, aber ich könnte es für mich ausmachen. Warte mal. Ach. Ich, jetzt, jetzt will ich nichts mehr. Aber hey, passt schon. Und WB-Hybrid. Das Lied geht lang- Das Lied geht richtig lange. Deswegen hab ich's mir jetzt auch andersrum auch. Na, gut, ich hör's zwar noch, aber ich kann's nicht so laut. Du wirst es doch auch. Es gibt andere Alerts, die ich mehr wollen würde. Ich. 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 Ich lebe noch. Ich. Gut, ich geh jetzt erstmal hinaus. Das Problem ist, ich muss jetzt natürlich ein bisschen warten, ein bisschen lesen. Ich kann ja schon mal sehen, was ich mir nehme. Ich warte aber bloß, weil ich es. Könntest du mal ein bisschen schneller fahren? Danke. Das hab ich da eigentlich gerissen in den Alertnärzzimmern. Sagen wir mal so, es war eine lange Nacht und eventuell war ein bisschen Echo im Spiel. Eventuell war da ein kleines bisschen Alkohol mit im Spiel. So, anscheinend hat der Bilbis die Wahrheit gesagt. Bald sind wir von diesem Ort entkommen. Ich schaue euch Dank für alles, was ihr bis jetzt getan habt. Nein! Oh Gott ey. Raus mit dir. Raus, was keine Miete zahlt. Wie kann ich euch zu diensten sein? Jetzt. Ihr wollt mir verarschen. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick... Und nochmal, vergiss es. Hybrid. Hybrid, ganz ehrlich, ich muss sonst das Ding wieder hochstellen. Du stellst uns das Ding wieder hoch, oder ich setze es für Witz rein. Weil... eigentlich würde ich gerne lesen. Ich möchte aber nicht während des Alerts machen. Weil das Problem ist halt, es ist halt mega lang, ne? Es ist halt echt mega lang. Während kurz hätte ich ja kein Problem damit. Aber gerade bei Sachen, wo ich lese, das ist halt etwas doof. Ich hab ein Haus, ein guter buntes Haus, ein Elkling und ein Pferd. Wir schauen dort zum Fenster auf. Ich hab ein Haus, ein Elkling und ein Pferd. Und jeder wer uns war, liegt unter einmal ein Pferd. Wenn ihr wisst, dann das vertanzt könntest. Gibt's denn eine Ufer, wo ich das noch braun kann? Ja! Gibt's tatsächlich. Alter, wie lange geht das denn noch? So, darf ich jetzt lesen? Ja. Sehr schön. Mein Plan hat nicht funktioniert. Die Bilbisse waren vorgewarnt, obgleich nicht weißt, weshalb. Es spielt jedoch keine Rolle. Nun, da wir den Schlüssel besitzen, ist es an der Zeit, dass wir diesen Ort verlassen. Wir müssen vorsichtig sein. Gloven muss von hier fortgebracht werden. Und wir werden herausfinden, ob der Bilbiss Okuk die Wahrheit gesprochen hat. Gebt ihr Bescheid, wenn ihr bereit seid. Dann werden wir unsere Flucht starten. Gebt mir Deckung, während ich die anderen befreie. Bleibt in meiner Nähe. frisches? Nein. Sonst komme ich hoch und da gibt's keinen Spaß mehr. Kupo, Kupo! Das ist in Ordnung. Kupo, Kupo! Das ist in Ordnung. Kupo, Kupo ist in Ordnung. Wie hier vorhin glatt machen und die Leute, glaube ich, rausbringen. Bitte. Holt Auge, dass ich aus dem Gefängnis des Bilbissdorfs. Muss ein Versuch, glaube ich. Okay, der Typ muss auf jeden Fall überleben. Der Typ darf nicht sterben. Aber das sollten wir ja hinkriegen. Aber es klingt zumindest, als wäre es das Ende dieser Quest. Alter Junge, könntest du dich bitte ein bisschen beeilen? So, nur so zent. Das, ja, das Ziggas hat begonnen. Ja. Ja. Alter, das war aber mein Kevin-Move. Alter, wie schnell ist der Kevin gerannt? Das sah ja geil aus. Wie so Speedy Gonzales. Sehr schön. Ja, ich meine deinen Kevin. Ja. Wie so, was kam denn so hochgerannt, so richtig? Ah, schön ey. Und Gloven haben einen Weg in die Freiheit gefunden. Okay. Heißt das, ich darf hier raus? Ja, wir dürfen raus! Wir dürfen raus! Wir dürfen hier raus! Das war eigentlich die letzte Quest hier. Ich sehe da sonst keine mehr. Gott sei Dank. Wir haben es in Tau. Alter! Nach fast drei Stunden! Alter! Ich gehe hier nie wieder rein. Nie wieder. Ich will nicht. Das waren die schlimmsten Quests bisher. Da ist Bimgoboffen gar nichts gegen. Mit seinem... Oh, ich habe meinen Stab vergessen. Oh, ich habe das vergessen. Das hier. Absolute Horror. Boffen. Oh! Naja, boffeln siehst du ja am Sonntag wieder. Wobei, nee, Sonntag müsstest du boffeln noch nicht wieder sehen, aber da erstellen wir dann ja unseren... Unsere Schaum machen die Story nochmal. Damit du dann auch weißt, worum es geht. Was denn? Ich hab dich gefragt, ob du mit den alten weiterspielen willst oder ob du mit den neuen haben willst. Du hast gesagt, neu. Das ist diesmal auf dein Mist gewachsen. Ich hab nur gefragt. Ich hab's so gut gemeint. Ach, hör mir auf, Farmer. Ich hab's so gut gemeint. Irrannibooo! Ouch! Nof, 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 nof. Lauf, meine kleinen Beefs, lauf. Lauf und sterbe in Frieden. Ich sehe Tageslicht. Oder Tagesgrau, besser gesagt. Licht kann man das ja nicht bezeichnen. Was hat der Ausgang? Geschafft! Heureka! Warum mir nass ab? Nie wieder. Oh Scheiß, nie wieder. Dann sagen wir bis zum Liebes war wirklich lange, lange Zeit. Nicht töten! Eklass wurde befreit und ist ins Fels zurückgekehrt, sagt ihr. Sehr gut. Ja, Inventarplatz. Was? 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 Oh. Viel Spaß im Block, Kaya. So. Einmal. Und. Nicht töten! Ein Bilbes wächter, äh, wächter schon zusammen mit Wagen. Dies bedeutet in der Tat, dass sich etwas Dunkles und Böses im Bilbesdorf auffällt. Bitte nicht nochmal. Und die Freunde im Bruchteil haben mir zum Glück von den Befehlen erzählt, die ihr gefunden habt. In den Befehlen ist davon die Rede, dass Besucher aus dem Norden in einem bestimmten Bereich des Bilbesdorfs diskutiert werden. In einem Ort, wo sich die Armeen Angmas sammeln. Es war daraus die, äh, außerdem die Rede von einem Bilbes, der dorthin geschickt wurde, um über die Besucher zu wachen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh, 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 oh. Oh Gott. Wie bereits erwähnt, wachende Papieren von Besuchern aus dem Norden die Rede. Zunächst dachte ich, es seien Angmarim, wie jene, die wir in den Bergen umherkriechen sahen. Es scheint, als hätten die Angmarim hier überhaupt nichts mit Bilbesen zu tun. Vielmehr, vielmehr, oh Gott, sind es Urukai, die zum Bilbesdorf gekommen sind, um die Bilbesse dort um ihre Dienste zu zwingen. Wieger Straßenläufer besitzt eine Liste der Namen, die die Elben in dem Bündel Papier gefunden haben. Sprecht mit ihm. Vielleicht kann er euch für einige Bilbesse, die dort erwähnt werden, eine Belohnung anbieten. Oh nein. Ich möchte außerdem, dass ihr den Bereich im Bilbesdorf aufsucht, in den die Urukai geschickt wurden. Nein. Ich spreng das Ding in die Luft. Nein. Ich... Nö. Nein. Ich... Ich sage nein. Ohne Scheiß, ich geh da nicht mehr rein. Ohne Scheiß. Was? Ich... 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 Schick dir was. Okay. Ich... Hände sie doch einfach ablehnen können. Nein. Ich möchte... Ich... Ich... Ich kann keine Quest offen lassen. Wenn ich irgendwo einen Ring sehe, der... der Golden leuchtet, dann muss ich es angehen. Das... Das ist Zwang. Das... Das ist echt zwanghaft bei mir. Ich kann das sowas nicht vorbeigehen. Das ist wie ein FL14 mit dem blauen Quest. Ich muss diese Dinger annehmen. Ich hasse es, wenn irgendwo im Gebiet doch irgendein Ring aufleuchtet. Der Sein ist eine graue Ringe. Bei grauen Ringen sag ich auch nö. Außer im Auenland, da habe ich es gemacht, aber ich liebe das Auenland. Und wer das Auenland liebt, also da, 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 da muss ich. Das muss ich nicht machen. Willst du dir mir helfen? Doch falls es euch gelingt, solltet ihr euch umgehen, um sie kümmern. Das Bilvisdorf befindet sich nordöstlich von hier und diese Bilvisanführer werden hier irgendwo dort antreffen. Äh, achso, scheiße. Warte. Äh. Hybrid, bist du da? Wenn nicht, dann muss ich das einmal ganz kurz machen. Warte. Ich bin nicht in der Mod-Ansicht. Äh. 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 Einmal den Commander reinpacken. Dann einmal das hier. Wir haben es gleich. Ich weiß nur nicht, wie man den Time-Ausgut aufhebt. Ich bin leider nicht in der Mod-Ansicht. Hybrid, bist du da? Warte, warte, warte. Ansonsten musst du gleich kurz warten. Und dann gebe ich dir den Commander. Kannst du es gleich nochmal reinschicken. Einmal. 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 Und. Gucken. 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 Oh, danke, Papa. So. Und. Dann müsstest du es einmal. So, jetzt dürftest du es nochmal reinsenden. Supi. Ah. Ich muss diese Mod-Ansicht öfters mal offen lassen. Und. Gott sei Dank. Eine Karte. Hey. Aber wenigstens kann ich mich immer an Pharma-Kotze orientieren. Alter. Wer hat sich dieses Scheiß ausgedacht? Uh. Gollums Höhle. Ich will in Gollums Höhle rein. okay warte favoriten weichern so ist gespeichert hier war das oft was ich in einem jahr zum trage egal um welches spiel es sich handelt das ist schon mal gut sollte ich mir vielleicht mein beispiel dran nehmen werdet ihr mir helfen hüter der trommeln ich ahne fürchterlich ist eure deckung im bilbesdorf hat alles hier nervös gemacht irgendwas stimmt da ganz und gar nicht und wir müssen von der wachsenden dunkelheit auf der hut sein und sehen wir uns einem schrecklichen feind gegenüber wenn sie sich dort organisiert haben die leute möchte dies verhindern und hat mich daher gebeten abenteuer zu finden die bereit sind gegen die stärksten feine im bilbesdorf anzutreten in der übersetzung der papiere werden bilbesdorf geißler erwähnt die in den tiefen des bilbesdorfs die toll trommler beaufsichtigen ihr müsst dort hingehen die geißler suchen und zusammen mit ihrem anführer töten kehrt anschließend zu uns zurück ich bin als heiler beim laufen keine hilfe es kommt drauf an man kann ja gleich wieder kommt weil wenn kaya wieder da ist will ich ja etwa 14 spielen deswegen ich weiß nicht wie lange er jetzt gerade braucht bin ich auch nur eine unterstützung kann das nicht auch mit zählt ich komm halt anders nicht durch den mühen durch Mit Kato sollte es eigentlich gehen. Das werden auch ne Weile dauern. Ja, Kaya hört Nian Cat! Sehr geil! Kann ich echt gut sein. Nian Cat ist cool! Kannst du dir gerne mal Elstor auf die Beine zum Spiel packen? Äh, wenn mal was ist... Ich bin ohne mich selbst gelogen zu holen. Kann ja bei allem unter 110 helfen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Äh... Kann ich das eigentlich auch machen, wenn... Warte mal. Warte mal. Es ist sowas wie Handys gibt. Der finanzielle Selbstbeweichung. Aber ja, er kann schon was. Ja, äh... Ohne ihn wären wir hier nicht durchgekommen, ne? Davon war ganz abgesehen. Davon war ganz abgesehen. Ne, aber ich werde nicht auf jeden Fall was bestimmt noch beanspruchen. Also... Äh... Sonntag spiele ich zwar Lothro. Aber... Da spiele ich mit Kaya. Das heißt, da Kaya neu anfängt. Fange ich auch wieder neu an. Das heißt, das wird dann mit Kaya ein Schar. Äh... Der nächste... Der nächste Run hier rein wäre in zwei Wochen. Also Montag in zwei Wochen. So... Kaya ist auf jeden Fall soweit. Weil dann würde ich jetzt nämlich hier erstmal einen Cut machen. Diesmal werde ich mich nicht, äh... Wegporten, oder? Oder gehe ich nach Bre? Weiß es auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo mein Runenstein hin ist. Mal. Obwohl, ich könnte in die Bruchteile klammen, aber... Ich kenne, ich würde... Warte, weil ich rausgehen. Fällt mir ein... Wie bist du... Ist die eigentlich raus? Wie ist die wohl mit der kaum tun? Instanz. Ist die noch schlimmer? Wenn die noch schlimmer ist, dann äh... Nein. Oh Gott, ich will nicht. Also das hier finde ich halt einfach mega unübersichtlich, wenn du halt diese Karte dich aufgedeckt hast und nichts steht, wo du überhaupt irgendwie hin musst. Äh... Ja, ich bleib hier einfach... Mal kurz stehen. Und logge ich nämlich einmal kurz um. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für deine Hilfe, Frau Stein. Nein. Äh... Anders hat es, glaube ich... Es hat, glaube ich, so... Es ist Ewigkeit gedauert. Ich bin der Winde. Ich bin der Winde. Ich bin der Winde. Ja, ich bin der Winde. Ich bin der Winde. Hit? Ja, ich bin der Winde!